schauen wir uns an was die indy cs aktuell machen der dax heute geschlossen mit einem negativen tag kein drama aber tatsächlich eine abwärtsbewegung und damit in richtung dieser unterstützungs naja soll man sagen unterstützungsmarkt gewisser weise ist das eine unterstützung die sich hier aus diesen vorherigen rücksetzern eben herleiten lässt zumindest mal erahnen lässt wollen wir es nicht übertreiben wollen wir nicht überbewerten wir wissen ja dass eine unterstützung niemals aus einer einzelnen marke entsteht aber natürlich sind eine vielzahl von marken auf einem ähnlichen niveau ihr seht das also die oberen grünen marken die sind so groß wie die kleinen rücksetzer gleichzeitig das letzte zwischentief hier im tageschart die ich mache es mal ein bisschen größer dann könnt ihr es vielleicht ein bisschen besser erkennen und die der große rücksetzer den wir hier hatten wann war das im oktober anfang oktober das war ja der größte rücksetzer bisher in der aufwärtsrichtung die wir hatten in dem bullenmarkt seit dem tief was wir hier ende september anfang oktober hatten seitdem der größte rücksetzer der ist ungefähr bis in diesen bereich hier und dann sehen wir das korrespondent korrespondiert hier das sind alles keine beweise dass der kurs dahin muss auch keine beweise dass der kurs da dreht aber das wären durchaus mal verträgliche rücksetzer die auch in diesem bullischen bild nicht dass ja den gesamttenor verändern würden also da bleibt es dabei es hat sich nicht wirklich viel ergeben seit den letzten stunden seitdem wir das letzte video dazu gemacht haben eigentlich wäre ein rücksetzer so dieser art ja bis vielleicht ein bisschen zu groß geht sein aber in dieser art hier durchaus sinnvoll dass wir sowas in der richtung bekommen und wer es nicht gut erkennen kann die obere unterstützungsmarke liegt ungefähr bei 14.160 aber das ist wirklich grob gefasst das ist nicht jetzt auf millimeter genau das geht so los bei 200 von mir aus und geht von mir aus auch noch bis 130 runter so das ist die obere grüne phase hier bis dahin hätten wir locker platz und das tiefere was ich eigentlich noch schöner fände warum fände ich schöner ich habe es letztens häufiger mal gezeichnet aber das würde immer noch dieses wunderschöne fünfwellige bild darstellen das wären die typischen größenverhältnisse wer würde noch mal bestätigen dass der bullenmarkt passend ist das geht so 14.000 13.900 sowas in der richtung darunter also ihr seht der markt da weiterhin abwärts gibt es eine chance hier irgendwie was zu tun naja ungern steige ich jetzt hier irgendwo auf dem unteren ende ein also was ich immer ganz schön fände ist oder jetzt auch schön fände ist wenn der markt mal ein bisschen hoch käme das möglichst schwach aber also möglichst nicht in der gleichen stärke hier haben wir das umgekehrte also das ist eine starke bewegung die ist vergleichsweise schwach und anschließend ging es weiter nach oben das war allerdings nicht mehr wirklich dynamisch das sehen wir schon das hat hier deutlich nachgelassen aber zumindest konnte man erahnen nachdem wir den teil hatten nachdem wir diese korrektur hatten dass es noch mal ein bisschen weiter geht sowas nur umgekehrt nachdem wir diese teil ja relativ stark haben wenn der teil jetzt also wirklich schwächer ist dann wären das einstiegsmöglichkeiten denkt immer an den trigger so diese letzten zwischentief marken das ist aus meiner sicht eine bessere herangehensweise wartet also darauf bis ihr sowas bekommt wer schon short ist alles gut wer noch long ist sollte ernsthaft überlegen die richtung mal zu wechseln oder zumindest jedes mal die position zu schließen oder abzusichern oder aber zu akzeptieren dass der kurs eben locker auch bis 13.000 von mir aus auch 800 der muss ja nicht an der unterstützung exakt halten aber so ein bisschen diesen bereich runter geht das wäre dann also wer jetzt noch drin bleibt wäre das etwas was ihr erlauben müsst das heißt ja nicht dass er das tut aber wenn dieser rücksetzer ist dann solltet ihr nicht euch wundern oder ärgern wenn er dann auch dieses niveau dann tatsächlich ausnutzt also dieses dieses größen niveau so das ist also wie es beim dax aktuell aussieht beim dow jones ist es ein bisschen ähnlich auch da sind wir in der abwärtsbewegung bei mir leichtes überschossen wir erinnern uns überschießen mag der markt gerne das ist etwas sehr typisches viele sagen immer jetzt hat er überschossen das ist mein einstieg ihr wüsst seid da ein bisschen vorsichtig mit solchen marken insbesondere wenn er unkorrigiert vorher schon gelaufen ist lasst ihn ein bisschen korrigieren geht dann nach der korrektur wieder rein und dann hat man eigentlich ganz gute chancen da ja einen guten einstieg zu finden nichtsdestotrotz im gesamtbild ist das natürlich im großen bild ein auf jeden fall mal longsignal was sicherlich viele leute beobachten und das große bild entsprechend eigentlich auf die bullische seite vorläufig zumindest man muss ja nicht jetzt ewig weiter steigen aber wackelig runter von mir aus auch nur abc hoch und dann wird man gucken ob das oder weiter nach oben also ist jetzt keine ankündigung welches von den beiden kommt werden wir sehen aber durch diesen bruch ist zumindest mal sehr realistisch dass wir das allzeit hoch noch mal angreifen das wäre zumindest mal sehr typisch und dann werden wir später wenn wir das überschritten haben wir denken dran hochs überschreiten dann wird entschieden ob der markt wirklich weiterlaufen will oder nicht aber man kann ja schon vorher gegebenenfalls auf der long seite mitmischen das aber jetzt ein ganz anderer zeitrahmen als wir typischerweise hier am nachmittag uns anschauen dafür fände ich es gut wenn der kurs jetzt mal ein bisschen runter käme und genau das macht er aktuell ihr seht es auch im fünfminutenschart wir sind noch in der abwärtsbewegung man hat aber so ein bisschen den eindruck dass wir hier eine pause gemacht haben dass wir hier eine pause gemacht haben da vorne relativ stark hier relativ stark und hier hinten ist vielleicht nicht mehr ganz so stark das werden wir dann sehen aber manch einer erinnert sich mensch rüdiger du machst doch immer diese fünfwelligen bewegung irgendwie ich mach es mal bewusst so daneben und es mutet so ein bisschen an als ob wir das hier jetzt gerade im moment bekommen das ist jetzt nicht garantiert dass es so ist das tolle ist aber wenn das nächste die bewegung irgendwann mal in wälde also vielleicht sogar heute nachmittag noch vielleicht heute abend vielleicht morgen dann aber wenn diese bewegung dann diese abwärtsbewegung die wir hier haben auch das mal nochmal groß für euch also fünf minuten schart hier das hoch vom 26 november nachmittags und dann bis hier runter wo auch immer das tief ist das könnte hier bleiben kann auch ein bisschen tiefer gehen das stört ehrlich gesagt gar nicht denn egal ob hier oder hier das sind alles keine handels niveaus aus dem was ich euch jetzt zeigen will das spielt also gar keine rolle ob er bis dahin oder dahin geht das wissen wir nicht und das interessiert für das was ich euch zeigen will auch eigentlich nicht so sehr wenn er aber irgendwann sein tief hat dann könnt ihr diese entfernung nehmen die halbiert ihr grob und dann ist das grob gesprochen die zielzone wo er korrektiv idealerweise also eben nicht überlappungsfrei ihr seht hier diese korrekturen haben sich nicht überschnitten das hoch hier ist niedriger als diese tiefs die wir haben und damit ist das überlappungsfrei wenn das hier auf dem weg nach oben aber überschneidend also diese gegenbewegung überschneidend sind oder wenn diese dreiwellig sind abc abc ist immer am einfachsten zu erkennen da hat man meistens keine schwierigkeiten beim überschneiden da denkt man mal kleine überschneidung große überschneidung stichwort guckt das ähnlich große bewegungen sich idealerweise überschneiden ja so aber behalten wir es mal einfach wenn wir dann so einen drei wähler hier jetzt bekämen dann wäre hier die chance für nochmal runter und das was ich jetzt hier rein geschmiert habe das machen wir jetzt im vier stunden chart nochmal und zwar so mich hier ein bisschen ran ich lasse das extra rechts offen das was ich hier gezeichnet habe ist im prinzip zack zweite welle dritte welle vielleicht jetzt fünfte welle wenn jetzt abc hier hinkommt dann ist das der trigger das ist dieser trigger den ich hier gezeichnet habe dieses zwischentief wenn der kurs dann da durchgeht könnt ihr damit rechnen dass das da hinten durchaus nochmal passiert und wir erinnern uns ja dann lass den doch in gottes namen noch mal ein bisschen runter kommen tag so eine größenordnung was wir hier haben ja das kann doch da oben auch machen selbst diese größenordnung das sind doch alles kleine rücksetzerbewegung selbst sowas würde den bullenmarkt nicht kaputt machen und streng genommen gilt natürlich die gleiche logik für den anstieg wie das was wir eben hier für die abwärtsseite gesagt haben solange das die aufwärtsbewegung ist in etwa ihr seht hier wieder so halbwegs die fünfwelligkeit hier vergleicht einmal ähnlich große korrekturen miteinander so und dann die hälfte ungefähr dieser bewegung das wäre das rücksetzer niveau jetzt machen wir das nochmal einmal ein bisschen professioneller nämlich mit dem fibonacci tool wenn ihr das ebenfalls machen wollt aber manchmal hat man es nicht zur verfügung man sieht den chart nur irgendwo die hälfte kann man immer relativ gut abschätzen und dann wüsst ihr ein bisschen drüber ein bisschen drunter das heißt wenn der kurs jetzt da so runter gehen würde dann hätten wir eine ganz gute chance auf die long seite wieder zu triggern und damit dieses bild was ich hier übergeordnet angedeutet habe vielleicht dann ins spiel zu bringen also vorläufig ist long aus meiner sicht nicht die richtige richtung wir hatten es ja schon angedeutet hier hinten es läuft langsam aus wir haben das überschießen der marke wir haben alles gesehen was wir müssen rücksetzer sehr sehr realistisch das was wir bisher sehen im fünfminuten chart macht einen ganz guten eindruck bekommen wir jetzt hier drei weller oder korrektiv nach oben bietet das neue chancen sich auf der short seite eben mit einzumischen für die ganz kurzfristigen unter euch die jetzt sagen was mache ich dann heute nachmittag noch solange die starke bewegung runter ist und eine aufwärtsbewegung schwach ist das werden wir sehen schwach ist drei wellig oder schwach ist mehrfach hin und her mit kursüberschneidung könnt ihr versuchen an diesen zwischentiefs nochmal die trendrichtung aufzunehmen und zu sagen haben da geht noch ein bisschen was problem ist der markt ist schon weit gelaufen das heißt wir wissen nicht so genau wie weit die ziele sind wir dürfen dann nicht automatisch sagen das was wir vorher hatten nochmal das ist ein bisschen gefährlich das gilt für die erste welle also wenn das die erste welle ist danach eine korrektur warum ist das die erste na gut der kurs kam von oben das ist ein echtes tief so ist das die erste welle ist das ein echtes hoch nee der kurs kam von oben das gilt also hier nicht das heißt wir können nicht automatisch die projektionsziele hier verwenden die richtung passt noch aber bei der zielweite sind wir nicht so klar sprich zieht den stopp dann enger hinterher also hier im großen da warte ich drauf da warte ich auch bei einigen einzelaktien bei vielen sogar drauf im bond for trading wüsste das ja manche werde ich auch im trade des tages gegebenenfalls dann angeben wenn da was schickes mit dabei ist im moment bietet sie es noch nicht an solange der kurs dieses muster eben noch nicht richtig fertig gemacht hat deshalb müssen wir da mal abwarten vielleicht wird etwas bei meta bald kommen müssen wir mal schauen vielleicht ist das einer der nächsten vorschläge den ich euch da mal mache mit konkreten werten ihr könnt aber auch gerne mal drauf gucken vielleicht habt ihr da eine idee wie das ganze aussieht und wie das ganze aussehen sollte vielleicht sagt ihr da erkenne ich das muster wieder da kann ich selber schon mal drauf gucken das vielleicht als kleine idee und ansatz schon mal hausaufgabe für euch selber mal zu gucken ob ihr das da wieder erkennt für den s&p gilt das gleiche werden ja auch schon angedeutet ja vorläufig wohl eher die abwärtsseite wobei hier das noch sehr korrektiv hier auf dem weg nach unten war insofern war da fand ich jetzt keine sinnvolle chance auf die short seite irgendwie mit mit einzusteigen das ist nicht so richtig deutlich gewesen hier für die long seite allerdings auch nicht richtig denn der anstieg war zwar ganz okay und das war zwar relativ wackelig aber es ging natürlich zu tief ihr erinnert euch die hälfte der strecke von mir aus auch ein bisschen mehr aber eben nicht nicht wieder auf den ausgangspunkt hier dann ist das natürlich kein einstieg mehr deshalb ist das mit der hälfte ich habe ein bisschen zu niedrig gemalt immer ein ganz guter zusätzlicher anreiz die wahrscheinlichkeiten nehmen danach ist nicht möglich nicht unmöglich dass es dann weiter steigt aber die wahrscheinlichkeiten sind dann eben nicht mehr so hoch deshalb ist es sinnvoll dass so ein rücksetzer so wie hier wenn ihr so einen anstieg habt und dieser rücksetzer eben nicht zu tief geht sondern so ein bisschen die hälfte plus minus so ein bisschen dann ist das besser aus meiner sicht als wenn das zu tief runter gekommen ist also insofern das grundsätzliche bild hier das gleiche für die kurzfristigen unter euch die jetzt sagen naja also da habe ich eine klare richtungsentscheidung solange es hoch wackelt würde ich die short seite gerne nochmal mitnehmen im 5 minuten chart werde ich selber wahrscheinlich nicht umsetzen aber wenn ihr das für euch als zeit umsetzen wollt sehr gerne das muster ist das gleiche also spielt gar nicht die rolle dass im 5 minuten chart nicht geht das hat andere gründe warum wir das nicht machen das pattern ist das gleiche achtet nur ein bisschen drauf je nachdem welche voraussetzungen ihr habt dass eure spread spreads also die an und verkaufs differenzen oder gebühren oder sowas in der richtung je nachdem welche kontrakte oder was ihr da handelt dann noch passend sind auch für den kurzfristigen markt das prinzip ist aber exakt das gleiche da ist kein unterschied wenn ich das ausblende könnt ihr nicht unterscheiden ob das von irgendwas ein tages und wochen chart oder drei minuten chart sein soll denn das verlaufsmuster ist regelmäßig quasi das gleiche gibt es noch eine alternative dazu ja denn ich habe ja nur angenommen dass das passiert ich weiß ja nicht ob das passiert das schöne ist ich würde sofort erkennen und vor allen dingen könnte ich es sofort unterscheiden im gegenzug zu so etwas kommt so was bin ich natürlich überhaupt nicht auf der short seite mit dabei fängt ja schon an dass ich gar keine zwischentiefs habe die ich nutzen kann kann aber natürlich auch überlappungsfrei nach oben geht da seid ihr okay dann ist das doch die starke seite wenn eins von diesem kommt und es wackelig runter kommt ja dann sind wir auf der long seite dann ist das vorläufig erst mal zu ende die abwärtsbewegung das fände ich auch gar nicht so doof denn wir sind schon weit gefallen und früher oder später wird dieser wende kommen und woran ich das erkenne und ausmache ist ich gucke mir das an ich möchte immer eine starke bewegung gefolgt von einer schwache die richtung ist mir völlig wurscht wenn ich halt eine starke nach unten habe und eine schwache nach oben dann suche ich die shorts habe ich eine starke nach oben und eine schwache nach unten suche ich die longs warum kann ich jetzt kein trade machen weil ich zwar eine starke habe aber keine schwache bewegen das ist der grund warum ich in diesem moment nicht euch animieren kann naja animieren soll ich ja nicht aber hinweisen kann jetzt mach mal was es ist immer sinnvoller das entsprechende abzuwarten so ihr seht hier das war nochmal das szenario ich hatte es gestern glaube ich schon ziemlich intensiv besprochen wer also jetzt den direkten einstieg der einstieg ist generell nicht schlecht hier an der stelle auch wenn der jetzt in diesem konkreten fall nicht vorteilhaft war es ist halt eine fünfte welle da haben wir darüber gesprochen warum fünfte welle nicht optimal sind vom chance risiko verhältnis aber zumindest war das die schwächere das war die stärkere seite und es ist jetzt nicht völlig unvernünftig gewesen hier long zu gehen was ich schöner finde was ich euch ja auch vorgeschlagen hatte ist wenn ich doch hier so eine starke bewegung habe wartet dass es wackelig runter geht und wartet auf den trigger ihr seht schon es ist nicht wirklich wackelig runter und getriggert hat da gar nichts also insofern der geduldigere hat den trade gar nicht gemacht und insofern das problem jetzt nicht aber lasst euch von sowas nicht entmutigen wenn ihr jetzt sagen ja du bist ja geduldig ja und du kannst ja auch dauernd drauf gucken kann ich aber als privater vielleicht nicht immer bin ja froh wenn ich da schon meine orders jetzt hier drin habe dann tipp versucht fünfte wellen 1 2 3 4 5 zu vermeiden wenn die häufiger eben nicht mehr stattfinden und das zweite ist akzeptiert es einfach ihr habt relativ wenig risiko in der hoffnung dass der markt ja noch relativ weit läuft das heißt das chance risiko verhältnis sollte zu euren gunsten sein was bei der fünften welle auch wieder ein grund der ein bisschen dagegen spricht natürlich nicht passt das wäre nicht der fall wenn wir dieses ding gehandelt hätten dann hätten wir ja die dritte welle der fünften gehandelt wenn da eine fünfte welle kommt nämlich dieses mittelstück nach der korrektur hier aber na gut das ist jetzt vielleicht eine stufe zu kompliziert soll uns jetzt auch nicht weiter aufhalten eventuell kriegen wir nämlich noch mal eine etwas andere situation dass wir das nicht richtig aufgefasst haben dass wir es im endeffekt so auffassen müssen und wir hier eine a b c bekommen und dann wird das zukünftigen trigger also der trigger ist eh obsolet weil wir ein neues tief haben also da wäre jetzt der neue trigger als idee also das geht nach wie vor und wenn sich jetzt jemand wundert und sagt ja das ist ja super erst hast du geglaubt so und jetzt glaubst du anders ja das gehört mit dazu beim traden dass man eben nicht im vorhinein genau weiß was hier passiert und man gegebenenfalls seine sichtweise noch mal ändern muss es geht also nicht so sehr darum dass man sagt ich weiß immer ganz genau was hier passiert sondern die händlerfähigkeit ist im wesentlichen die auch wenn ich nicht weiß was genau passiert dass ich die gestaltung so mache dass sie durchschnittlich für mich vorteilhaft ist das klingt ziemlich ernüchternd weil man sich eigentlich wünscht naja wenn man profi ist brauche ich keinen durchschnittlich vorteilhaft dann will ich immer vorteilhaft nur das gehört in das reich der märchen und fabelwesen solche trader gibt es den nagel haue ich mal in die wand durch meine weltweiten vergleiche langjährigen vergleiche die gibt es nicht wirklich die das konsistenz immerwährend umsetzen können also rechnet damit dass auch ihr egal wie viel erfahrung ihr ansammelt im laufe der zeit immer wieder negative trades habt das ist ist auch nicht wirklich schlimm rechnet einfach damit dass das passiert und wenn ihr die positionsgrößen entsprechend habt dann werdet ihr manchmal kleine verluste eben mittendrin haben und zwischendurch größere gewinne und die summe davon ist auf jeden fall spaßig in diesem sinne im besten wunsch euch die besten gewinne zukommen zu lassen drücke ich euch die daumen euch alles gute bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal